Das ist der Hafer- und Bananen-Blues, das ist das, was jedes Pferd haben muss. Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, Folge 153 steht vor der Tür. Kleines Teaserchen. Bist du bereit? Geht so. Geht so. Weißt du, dass wir in der letzten Folge, da ist uns ja wirklich ein Versäumnis unterlaufen, ein Fehler, wenn man so will, das darf uns… Dir. Mir, weil ich bin Redakteur, ne? Du bist der verantwortliche Redakteur. So, ACDC hatte Geburtstag am Tag des Erscheinens der Folge und wir haben es nicht erwähnt. Ja, das war ja, weil wir ja aufgenommen haben vorher und er hatte ja noch keinen Geburtstag. So, das ist ja wirklich, das muss man ja mal sagen, die Pferde stehen ja bei uns im Kalender drin mit ihren Geburtstagen. Ja, so muss das sein. So muss das sein, genau. Aber das Problem war, dass er quasi in der Woche danach dann quasi drin stand und die Folge erscheint. Und an dem Montag ploppt es im Kalender auf, ACDC Geburtstag. Da ist natürlich alles schon produziert. Wir müssen nachträglich gratulieren. ACDC, herzlichen Glückwunsch zu deinem sechsten Geburtstag. Das heißt, der wird jetzt eingeschult. Genau. So, ne? Also, ne? Kann man so sagen. Und es ist auch nicht so, dass wir die Pferde übermäßig vermenschlichen. Das kann man uns nicht vorwerfen. Also, machen wir nicht. Nee. Aber apropos Schule. Der Beachy freut sich auch schon auf die Leo-Schule. Richtig. Über die Leo-Schule müssen wir auch noch sprechen. Das werden wir tun in der Sendung am Montag. Hat der ACDC denn wenigstens zu seinem Geburtstag irgendwie ein paar Möhren gekriegt extra oder so? Ich habe einen Pferdekuchen gebacken mit sechs Kerzen drauf. Komm, jetzt flunkerst du aber ein bisschen, ne? Auf jeden Fall hat er die Möhren ja auch nachträglich gekriegt. Man muss ja sagen, das ist ja, es gibt so ein paar Rezepte, die wir kochen, die ich koche. Davon profitieren dann auch die Pferde. Also quasi… Du brauchst immer nur zwei Möhren und kaufst immer einen ganzen Sack. So. Und wenn wir dann zum Beispiel irgendwie vegetarisches Curry kochen oder so, dann… Also, man sieht die Gedankenblasen der Pferde eigentlich jeden Tag immer. Na, hat es wieder Meeresfrüchte-Pizza gegeben gestern? Da haben wir ja doch nichts von. Also, wir müssen Gemüse kochen und dann sind ACDC und Klecks happy. Jenny, Jenny, kurzes Gedankenspiel zum Ende dieses Teasers. Eine Reithalle ausgelegt mit einem blauen, mit einem riesigen blauen Tuch. Und dann wird da so Luft reingepustet von unten und das Tuch wallt so auf, weißt du, um so ein Meer zu symbolisieren. Und in diesem Szenario, du mit Globus oder Nixen. Was passiert dann? Wann? Wahrscheinlich feilschnell ist das Pferd weg. Und nimmt die Eingangstür als Hindernis locker und raus. Wir sprechen in der Folge mit einer Artistin aus der Cavaluna-Show. Und die macht mit ihrem Pferd sie genau in diesem Meeresszenario. Sie ist die Meeresamazone auf dem Pferd. Und sie verrät uns mal die Tricks, wie man so ein Pferd dazu bringt, eben nicht sich aus der Halle zu stürzen, sondern die Situation zu genießen, sich in die Wellen zu stürzen, den Applaus zu genießen, Musik, Ramba, Zamba. Dein Albtraum. Wir erklären, wie der Albtraum zum Traum wird. Das ist voll spannend. Ja, sehe ich auch so. Der Pferde-Podcast, Folge 153. Am Montag überall, wo es Podcasts gibt. Bis dahin. Die Zeit ist lang. Da müsst ihr durch. Tschüss.